Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir uns mal das Thema Hilbert-Transformation anschauen, beziehungsweise damit einhergehend Quadraturfilter. Vielleicht kurz vorab, was ist die Hilbert-Transformation, wo kommt sie her? Häufig verwendet in der Funktionsanalyse ist in der Mathematik, also eher weniger, in der Elektrotechnik würde man so von ausgehen, aber tatsächlich auch häufig verwendet in der Elektrotechnik, beziehungsweise in der Signalverarbeitung, was ja zum Teil gereicht des Elektrotechnikstudiums gehört, also dementsprechend auch hier auf dem Kanal vertreten. Was macht die Hilbert-Transformation? Die ist eigentlich dafür da, ein Signal gegebenes, Signal umzuwandeln in ein anderes Signal, was man besser nutzen kann, also ein reales Signal umzuwandeln in ein analytisches Signal, beziehungsweise ein monogenes Signal. Was dafür genutzt wird, ist im Endeffekt eine Verschiebung, eine Phasendrehung von minus 90 Grad und plus 90 Grad, je nach Frequenzbereich. Es ist, ich habe es hier aufgeschrieben, im ersten Teil keine klassische Transformation, denn wir haben keine Fouillier- oder Laplace-Transformationsschritte hier, sondern wirklich einfach nur einen Quadraturfilter. Wir nehmen unser Eingangssignal, lassen das durch den Quadraturfilter laufen und haben damit quasi die Hilbert-Transformation abgeschlossen. Jetzt fehlt quasi nur noch die Übertragungsfunktion des Quadraturfilters und dann wissen wir auch schon Bescheid, okay, Signal im Frequenzbereich multipliziert mit Quadraturfilter im Frequenzbereich und schon haben wir quasi unsere Übertragungsfunktion, beziehungsweise unsere Hilbert-Transformation durchgeführt und die Übertragungsfunktion kann ich direkt mal aufschreiben, die ist nichts anderes als minus j für Frequenzen größer 0, 0 für Frequenz gleich 0 und j für Frequenz kleiner 0. Bedeutet also je nach Frequenz eine unterschiedliche Multiplikation unseres Frequenzspektrums des Eingangssignals. Das bedeutet jetzt, warum oder beziehungsweise wofür oder was bewirkt diese Hilbert-Transformation, beziehungsweise der Quadraturfilter und wir sehen schon, okay, eine Multiplikation mit minus j sorgt für eine negative Phasendrehung von 90 Grad und eine Multiplikation mit plus j, also für eine positive Phasendrehung von 90 Grad und damit haben wir quasi auch unsere Operation von dem Quadraturfilter durchschaut. Er dreht also nur die Phase je nach Frequenzlage. Da man häufiger ja auch im Zeitbereich das Ganze operiert und auch den Zeitbereich betrachtet, können wir uns auch den Zeitbereich des Quadraturfilters mal anschauen. Das kann man ja über die Impulsantwort des Quadraturfilters mal herausfinden. Wichtig ist hier, die ist relativ schwer herauszufinden. Man muss ja eine inverse Fourier-Transformation machen und es ist eben in Anführungszeichen schwer, wenn wir nur j und minus j nehmen. Deswegen behilft man sich ja meistens mit einer Hilfsfunktion und da kann man quasi über die Hilfsfunktion leichter herausfinden, wie man eben auf den Quadraturfilter bzw. dessen Impulsantwort kommt. Und die Hilfsfunktion, die dafür hier verwendet wird, die lautet im Endeffekt genau wie vorher, minus j, 0 und plus j nur noch multipliziert mit jeweils Termen, also e hoch minus alpha f und e hoch alpha f, wobei alpha irgendeine reelle Zahl ungleich 0 ist. Und dementsprechend haben wir dann wieder folgende Hilfsfunktion hier aufgeschrieben, für Frequenzen größer 0, kleiner 0 und gleich 0. Und was wir jetzt feststellen, bzw. was diese Hilfsfunktion natürlich erfüllen muss, ist, dass für alpha gegen 0 die Hilfsfunktion gegen die Quadraturfilterformel bzw. Übertragungsfunktion geht. Sehen wir auch, wenn alpha gegen 0 geht, dann verschwindet hier oben dieser e-Teil und dieser e-Teil, e-Funktionsteil und wir haben nur noch minus j, 0 und j. Und davon können wir jetzt eben die Fourier-Transformierte bestimmen, die, Entschuldigung, inverse Fourier-Transformierte, und erhalten quasi die Sprungfunktion, Impulsfunktion, Entschuldigung, und haben damit die Impulsantwort von unserer Hilfsfunktion. Wenn wir dann Alpha gegen 0 laufen lassen, kennen wir auch die Impulsantwort unserer generellen Funktion. Und das wäre hier im Endeffekt der Fall. Die Impulsantwort erhalte ich, indem ich inverse Fourier-Transformiere, also in dem Fall meinen Filter nehme, mal e hoch j, 2, b, f, t und das integriere über minus und endlich bis und endlich im Zeitbereich. Und das Ganze ergibt im Endeffekt nichts anderes als, ja, dass ich den Wert, den ich dafür nutzen muss, eben einsetze, also im Endeffekt meine Übertragungsfunktion, die ich da gegeben habe, einsetze. Und das können wir gerade einmal machen. Ich sehe gerade allerdings, hier muss nicht die t stehen, sondern die f. Und das kann ich eben machen, indem ich das Ganze aufteile in ein Integral von minus 0 bis 0, ja, weil ich ja für Frequenzen kleiner und größer 0 das Ganze definiert habe. Also setze ich für minus und endlich bis 0 meine Funktion für Frequenzen kleiner 0 ein, und das ist eben j multipliziert mit e hoch, und ich klammer es direkt mal vor, Alpha plus j, 2, p, t multipliziert mit f, d, f, und dann eben minus j, Integral von 0 bis und endlich, ja, die obere Grenze, e hoch, in Klammern, minus Alpha plus j, 2, p, t, mal f, d, f. Ja, und das sind einfache Integrale, beziehungsweise einfache, ja, nachschaubare Tabellenintegrale. Für, ja, die Signalverarbeitung gibt es ja häufig Tabellen zum Nachschauen, und ich habe das jetzt auch einfach mal vorausgesetzt, dass man die verwenden darf, wir durften das Ganze immer verwenden, da kommt dann natürlich raus, j geteilt durch Alpha plus j, 2, p, t, und dann im Endeffekt auch hier plus j geteilt durch Alpha, äh, minus Alpha plus j, 2, p, t. Ja, also im Endeffekt hier auch an der Stelle nichts anderes als, ja, die Tabelle aufgelöst und dann eben das Integral dadurch bestimmt, ich habe das ja nicht im Kopf ausgerechnet, sondern einfach angewendet durch die Tabelle. Und wenn man jetzt sich überlegt, okay, die Übertragungsfunktion, Hilfsübertragungsfunktion, die wir hatten, da lief ja für Alpha gegen 0 das Ganze gegen die Übertragungsfunktion der Quadraturformel, äh, des Quadratfilter, entschuldigung, Quadraturfilter, und wenn wir also hier auch Alpha gegen 0 laufen lassen, dann erhalten wir auch wieder die Übertragungsfunktion unseres Quadratfilters, und wir sehen jetzt erstmal für den Fall t gleich 0, wenn ich t also 0 setzen würde, dann hätte ich hier j durch Alpha plus j durch minus Alpha, das würde genau 0 ergeben, das heißt, wir haben also schon mal 0 für den Fall t gleich 0, dass man sich nicht nachher wundert, was da passiert mit der Funktion, und für den Fall Alpha gegen 0 und t ungleich 0, also hier t ungleich 0, erhalten wir genau die Übertragungsfunktion 1 durch pi t. Könnt ihr gerne mal ausrechnen, aber klar, Alpha gleich 0 würde bedeuten, die Alphas gehen weg, dadurch kürzen sich die j's hier weg, und wir haben im Endeffekt 1 durch 2 pi t plus 1 plus 2 pi t, das ist 2 durch 2 pi t, das ist 1 durch pi t, und das ist genau das, was hier steht. Ja, und da würde man jetzt sehen, okay, für t gegen 0 würde diese Funktion explodieren, das geht ja nicht, das haben wir aber vorher schon ausgeschlossen, den Fall t gegen 0, also dementsprechend alles konform, und wir sehen, wir haben also im Endeffekt auch eine Impulsantwort von unserem Quadraturfilter gegeben, und könnten also jetzt quasi auch unser Signal y von t falten mit gq von t, und würden quasi unsere Hilbertransformation erhalten, oder eben y von s filtern mit gq von f, und haben auch unsere Hilbertransformation. Das zu dem Thema, falls es Fragen gibt, gerne in die Kommentare, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, und...